40 Sekunden es schafft mal locker er hat auch man sich nicht und schießt und schießt auch wieder sehen wir haben uns hier schon mal gesehen und schießt in das sogar auf Wiedersehen ich lieb gehabt 100 Meter weg dann kicke ich mal, er kann nix also, ich bin direkt am scoren 3 Platons hier, schön aufgefallen aber wieder campen oder was? ja ja, wir campen hier hart, Markus ist hart am abcampen Markus, warum kämpst du immer? ja eh, weil er nix kann mit der Helmut am Sponroom-Campen, ey, unglaublich ey, der da camp, ja uh, schätze ich immer noch einfach paar mal in die Ecke gammeln, ne? wir sind in der Galaxy der Galaxy übern Punkt ich bin direkt bei meinem Leicht die hat getroppt da ist der Magic Galaxy, dropped directly an die A-Pont ah, schon nichts angenehmer, wenn ich dich gemutet hab da ist er, ah, ich komm nicht hin scheiße ja, und jetzt hat er den A-Punkt ich glaub, ob du dich irgendwie so hinkrieg, dass du vielleicht mit A reinballern kannst so, da hat dich nicht nix komm doch zu mir her kannst du zu A, also zu A näher, aber du kannst auf der Spawn schießen ja, wir wollen aber A erobern ja, wir wollen aber A erobern nachdem sie uns jetzt A abgenommen haben letzte Sekunden ja, mit nem Galaxy Drop ja, ich kräft den Boden und so weißt du da irgendwas? ne gut, dann fahren wir da runter ja, ich kräft den Boden und so okay, wir haben A wieder ja what, 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 what? oh, fuck, bin ich ein schlechter Schütze das wusste was schon Kopfschuss direkt in das Gesicht mit einer panzerbrechenden Granate, das kann was und der nächste Weg exzessier Offizier okay, vor uns, vor uns, vor uns, Markus Rambo oh, Futurs 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 Panzer hat uns am Kopf gelegt was, ich hab euch gekillt? ja, nein, nicht gekillt gerettet? nein, wir haben, dein Panzer hat uns umgedreht, auf den Kopf geworfen quasi oh, passiert ja, wir hätten sie eingenommen oh, Absatz eingenommen ne okay, hunde 2 der Reparaturen wieder Platonführung hier lange Basen erobern ist das gut oh, weg oh, ich wurde gehatchert und so viel zu mir gehen keine großen Schmachten mehr mach gleich du hast dich erledigt, oder? ja na, Mann so, wir verlieren die gegen, wir verlieren kurz äh, Black Shard Black Shard Tungsten ja, ich sage Black Shard Tungsten Mining ist eine gute Idee hier, Leute, ich möchte euch alle von euch reden und jetzt haben wir noch eine Minute nach rechts wohin? Black Shard Tungsten ja, ich bin schon mal dort bis hier kommen dir Lahmherrsche ne, ich glaube nicht warum seid ihr schon dort? ja, verdammt cool, dann habe ich nichts gesagt naja oh, das wird aber lustig, jetzt noch in 40 Sekunden das schafft mal locker das glaub ich jetzt weniger das glaub ich jetzt weniger da müssen wir uns einfach nur bewegen da musst du nirgends bewegen, du bist tot da musst du nirgends bewegen, du bist tot also ich bewege hier, mach ja eigentlich nachher anderen renne und rush und gehe auf Maxis drauf und dann bin ich vom Verbündeten weggeschossen naja Blendezeit und ich habe gerade 3 Kills gemacht ja, 3 Kills gemacht und trotzdem zu viele ja und kuschen kuschen kuschen? oh fuck, jetzt habe ich ne 1 AKT kuschen ja, da können wir uns mal wieder verkuschen, glaube ich und zwar zurück zur Cobalt Communications ja ja no ok guys, the base is lost, we have to defend Cobalt Communications once again unser Darki ist eh eh nicht zu mitgekommen yo, ich wollte gerade sagen, Dark stand noch in der anderen Base ja es ist gut so hört man noch so, oh ja, da kommen wir jetzt aber gehen ja was zum Text hat mir meine Freundschaft, ja, wohl, Freundschafts-Nachfragen werden immer angenommen, ihr könnt mir immer Frau Thien immer Anfragen schicken aus dem Team ich nehm alle an ich nehm trotzdem die dann ich nehm trotzdem die dann aus dem Team was ist der Fall, wenn wir mir Quicksmining Operation annehmen äh ja, Kuto hat nämlich keine Freunde und nimmt darum jeden an eben ich hab nur Lappen und den kannst du nicht spielen die sind so gut für ihn ja, komm, sie sind einfach zu Lappen hart aber ahhh oh fuck, jetzt hat das vorher zerstört aber wir müssen das erst verteidigen, dann können wir zu Lux gehen fuck krass, Kobold das ist schon für sie ne, da kommt die Inilite ne, da sind noch 48 bis 96 Gegner, die haben noch nen Sande Inilite ist da ja, ok, wir machen Abgang was? Lux die machen ab, komm ah, ne, guck, das ist verteidigt Lux-Helko, das ist auch verteidigt ok, wir haben nur noch den hier, wo wir verteidigen können ja, wir machen hier jetzt erstmal Platz Blatt weil wir werden gutes deutschsprachiges enkabler tun oh, guck mal, sie kommen über die Brücke Max wasch über die Brücke Max wasch über die Brücke ja, und die haben auch und die haben auch schon biegen an uns am Sander war das ist auch scheiße ja, aber trotzdem kommt ein Max wasch über die Brücke wir müssen den ihre erstes Gibt's mal durch Gibt's mal durch R-cracken ich mag, geil wir haben Max rush on the bridge oh, zwei Max es ja, Max wasch ich hole die R ja werft ihr doch, Alter ich geh hier rein ich geh hier rein ich brauche Inchi ich geh nicht oh Lappengamer ist 4090 Meter entfernt wo zur Hölle bist du? ich ich komm jetzt ich muss woanders spawnen, dass ich hier spawn kann oh oh, jetzt bin ich down ich hab gesagt ich brauche Inchi ich hab gesagt ich brauche Inchi ich bin sogar mit Inchi Da-Footer ja, ich brauche Inzani ich brauche Inzani ich 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 komm zurück und hol mich hä, wo bist du? na, vergiss nicht, hol mal neue er kann ich nicht, super hätte ich nicht mehr gesehen, Alter vielleicht warst du schon weg, ey nein nein aber jetzt kommt ein Wasch auf A aber was war ein Betten die sind schon längst drin, in Twitter nehmen die Kamikaze-Attacks, Alter warum sind wir nicht drin? keine Ahnung weil die uns overpopped haben Nein, die haben gar nicht overpopped eben, die sind halt lappen die schnitzig sind immer noch bei A oh scheiße, das habe ich den Kanal ganz schlecht geworfen kill ooooh wessen wir den Rest als Flugzeuge loswerden ja, ich hätte ne Max gehabt nein Markus ist vorbei gelaufen also Markus ist schuld ich hab dich nicht gesehen, Alter du sollst halt die Augen aufmachen wie ist das? ach Gott, scheiß Max das, Alter sterben die, ne warum sterben die nicht? da ist es dumm im Exit ist doch wahr oh fuck wie war schlecht und der Retage ist eingenommen maaaah ganz schnell nie schlecht heute wo ist denn eigentlich unser Platoon, also da fehlt noch ein paar Leute, oder nicht? sind noch nicht alle da, Darks Platoon fehlt Max gekillt, Alter kann das sein? ganz klar Dark ist auch schon wieder 6 oder wieder weg zu einem Vengard ja das da hinten, der hat einen Vengard, der kommt jetzt zu Racer wieder ja das sag ich so fuck das war alles easy ich hab doch gesagt, der kommt mit Vengard ich hab grad ich eh gesagt es hat mich entfallen geduldet Marco, du sollst dich nicht immer über unseren nur weil ich Dark sage, heißt das nicht, dass wir die Welt lästern ne ne nicht immer ja du lässt das ja immer wieder Rola, ich lässt es doch gar nicht natürlich, sondern allein deine Überschrifte ist doch verarscht ja das war's ihr habt ne Fall, ich hab nichts gemacht nein, da hat er die Dinger abseitig überschiffen würde ich jetzt auch behaupten oh, C4 hat was dann abgeschlossen uu, uu, ich bin ja hard under fire uu, uu, ist interessiert keinen er war er gemacht und sagt dann wurde ich verletzt werden doch nicht verletzt er hat mir vorbeigestanden auch oft sind nicht getroffen aber er ist der abgabe mit der abgabe natürlich erst wenn er dort die ist abgabe so erst mal hier alle von hinten ab snacken auch so drei stück wochen wird kein und wir führten von nur zwei stück katente leute Hey, Alter! Ich hätte mir Raketenwerfer reinschießen sollen, hätte ich glaube ich mehr Case gemacht. Vielleicht. Geil, jetzt geht der Teleporter nicht. Oh, das war keine gute Idee. Hast du ihn kaputt gemacht? Ja, ja. Markus, du kriegst in deinem Spiel alles kaputt. Ja. Hi. Good job, guys. Ich hab wieder neu geklappt. Ich hab wieder neu. Ich hab wieder neu. Ich hab wieder neu. Ich hab wieder neu.